Hallo und herzlich willkommen! Mr. Rotlott hier und heute werden wir etwas machen, wobei vielleicht der ein oder andere schon gewartet hat. Heute werden wir dieses Formular umbenennen in Auftragsformular vertippt. So, was wird das hier? Das kann man sich vielleicht schon denken. Ihr könnt jetzt endlich wieder euren Auftrag wieder aufgeben. Ihr könnt mich wieder damit beauftragen, euch irgendwelches Zeug zu machen. So, richtig schön. Und das heißt, wir werden jetzt einfach mal ganz kurz dieses Formular zusammenstellen. So, unbenannte Frage. Wie nennen wir diese Frage? YouTube-Kanal. Link zum YouTube-Kanal als Kurzantwort. So, dann fügen wir eine Frage hinzu. Link zum YouTube-Kanal. Haben wir jetzt Skype-Name. So, also warum jetzt Link zum YouTube-Kanal? Damit ich euren Kanal finden kann und damit ich weiß, was für ein Kanal das ist. Als nächstes Skype-Name, damit ich euch kontaktieren kann. Hier wäre es dann zum Beispiel wichtig, dass ihr, also ich muss natürlich hier erstmal noch alles auf erforderlich stellen. Bei Skype-Namen ist es wichtig, er muss eindeutig sein, weil ich sonst das nicht finde. Wenn ich dann, wenn dann jemand Klaus-Dieter eingibt und ich finde 10 Klaus-Dieter, dann weiß ich jetzt nicht, welcher davon ihr seid. Deswegen muss der Name eindeutig sein und wenn er es nicht ist, dann müsst ihr noch Hinweise mit zugeben. Welcher denn das ist? So, als nächstes dann Link zum YouTube-Kanal, Skype-Name, ja. Ja, dann, ähm, was will man haben? Was brauchst du? Ja, und das, ähm, das machen wir jetzt auch mal als Kurzantwort. Dann hat man das Ganze ein bisschen individueller, ja. So, was brauchst du? Skype-Name, ja, so. Dann, ähm, hm. Was brauchst du? Link zum YouTube-Kanal, Skype-Name, ähm, was brauche ich denn noch? Dann brauche ich, äh, seine eigene Vorstellung. Dem, was du brauchst. Das ist dann ein bisschen länger. Da müsst ihr dann angeben, ähm, was ihr euch vorstellt, welche Farben und so weiter und so fort, ne? Ist ja ganz klar. So, dann will ich wissen, ähm, die Art eures Kanals. Damit will ich wissen, ähm, was ihr denn für eine Art Kanal habt. Ob ihr jetzt, ähm, Let's Plays macht oder Real-Life-Videos, Vlogs, irgendetwas in dieser Richtung. Dann, ähm, warum sollte ich für euren Kanal arbeiten? Das muss man selber wissen. Man muss sich Gedanken machen, was es denn, also ihr müsst euch selber Gedanken machen, was es für mich bringen würde, euch ein Intro zu machen. Beziehungsweise, ähm, ob ihr kreativ genug seid, ob es sich lohnen würde, für euch ein Intro zu machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euren Kanal erstellt aus Jux und Dallerei und ihr den gar nicht betreibt, aber trotzdem ein Intro haben wollt, warum sollte ich euch da ein Intro machen? Das bringt nichts. Ah. Sprich, ähm, ähm, euer Kanalkonzept. Erstmal will ich wissen, euer Kanalkonzept. Damit ist gemeint, ähm, dass ihr, ähm, mir in einer längeren Antwort beschreibt, was ihr denn auf eurem Kanal machen wollt. Beziehungsweise, was eure Idee ist, was die Idee hinter dem Kanal ist. Und dann, ähm, ich hatte doch vorhin noch einen Gedanken, den hatte ich ja sogar ausführlich erklärt, aber ich habe es gerade eben vergessen. Ähm, ähm, wie oft bringt ihr Videos? Videos rausbringen. Kurzantwort. Und dann, ähm, was ihr sonst noch loswerden wollt, sollt's ganzen Absatz. Ähm, das ist nicht erforderlich, das ist erforderlich, es ist eigentlich fast alles erforderlich, bis auf das Letzte. Ich lasse das mal mit den, äh, Werbungsvideos raus. Die sind jetzt nicht so wichtig, äh, wichtig, ja. Ähm, sollte ich vielleicht noch irgendetwas reinbringen von wegen, äh, ein Motivationsschreiben, ja. Ähm, etwas, was mich motiviert. Nein, brauche ich nicht. Ähm. Genau, Skype-Name, richtig. So, dann passt alles. So, dann würde ich sagen, ist das hier auch schon fertig. Senden. Und dann guckt ihr in die Videobeschreibung und werdet da sehen, den Link zu diesem Formular und könnt ihn dann ausfüllen. Könnt das dann ausfüllen. Und dann mache ich euch vielleicht irgendwann ein Intro. Also, bis dahin. Den einen oder anderen sieht man dann, sieht man dann wahrscheinlich, ne. Und bis dahin. Danke fürs Zusehen. Tschüssi. Seht es als Ankündigungsvideo. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.